Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und glaubt, dass mir ich musste hier Licht anmachen. Ich habe sogar das Ringlicht angemacht, das habe ich nie an, weil es draußen so ungemütlich, kalt, grau in grau und windig ist. Also heute ist ein ganz, ganz dolles Schmuddelwetter. Ich habe mir auch extra hier mein Jäckchen angezogen. Ich habe mir schon einen Kaffee gemacht. Holt euch am besten auch irgendwas zum Trinken, Kaffee, Tee. Und jetzt habe ich ein paar Sensi-News für euch. Es gibt ein paar positive Infos, aber dann eben halt auch ein paar negative. Darunter fällt eben halt auch die Liste der Artikel, die es dann ab März nicht mehr geben wird. Dazu kann ich euch das letzte Video nochmal empfehlen. Ich verlinke es euch auch gerne nochmal hier oben da oder da. Ich glaube da. Ja, ich glaube da. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Da erkläre ich nochmal so ein bisschen die Produkte ein bisschen näher. Wir fangen an mit den positiven Sachen. Wir fangen immer positiv an. Und zwar gibt es ab Februar auf den kompletten Katalog, das heißt auf alle Dinge, die hier drin sind, bis auf die lizenzierten Sachen, die Disney-Sachen und die Whiff-Box, darauf gibt es 10% im Februar. Also wartet vielleicht noch ein bisschen ab, wenn ihr gerade kurz davor seid, irgendwas zu bestellen. Das bekommt ihr im Februar für 10%. Denn Februar ist der letzte Monat, bevor der neue Katalog kommt. Im März gibt es nämlich schon den Frühlings-Sommerkatalog. Und der Februar, das ist immer bei Sensi so, sobald ein Saisonwechsel ist, ist der Monat vor dem Saisonwechsel der Auslaufmonat quasi. Und dann wird auf alles 10% angeboten. Whiff-Box ist da nicht bei. Die lizenzierten Dinge, so wie nur die ganzen Marvel-Sachen, die Disney-Sachen und sowas. Und auf die Spar- und Kombi-Angebote, die ja sowieso schon reduziert sind, da sind auch keine 10% drauf. Aber ansonsten ist auf den ganzen Katalog sind da 10% und da kann man eine Menge mit sparen. Einige Füchse unter euch haben mich auch schon gefragt, ob ich denn schon den neuen Katalog habe. Und ich muss euch leider enttäuschen, selbst wir Berater haben diesen neuen Katalog nicht. Den gibt es höchstwahrscheinlich ab dem 1. Februar. Eventuell, letztes Mal war es ein Tag oder zwei Tage davor, vor dem Saisonwechsel. Das heißt, wir können den dann als PDF runterladen und uns anschauen. Aber so in Papierform habe ich ihn dann noch nicht. Aber wir können ihn dann bestellen. Dann bestelle ich ihn auch direkt. Und wer ihn haben möchte, schreibt mich gerne an. Entweder auf Instagram oder hier in die Kommentare. Oder ich verlinke euch auch gerne meine E-Mail-Adresse in der Infobox. Das ist immer, also die Infobox, die ist ein bisschen versteckt hier auf YouTube, muss ich sagen. Wenn ihr den Titel von dem Video lest, dann steht da drunter entweder ein kleiner Pfeil oder Plus. Oder da steht was ganz Kleines fast unter dem Titel. Wenn ihr da drauf drückt, dann öffnet sich die Infobox und da packe ich immer die ganzen Informationen rein. Also entweder die Links, die ich euch, wo ich euch irgendwelche Produkte zeige. Oder ich verlinke euch auch meinen Instagram-Account. Dann verlinke ich euch da auch meine E-Mail-Adresse, worüber ihr mich kontaktieren könnt, wenn ihr kein Instagram habt. Und dann schicke ich euch das einfach ganz unverbindlich zu. Für meine Kunden, also meine Stammkunden und neue Kunden, die lade ich meistens immer, wenn die WhatsApp haben, in eine WhatsApp-Gruppe rein. Und dann kriegen die von mir diese ganzen Infos direkt immer zugeschickt. Und die kriegen dann auch die Kataloge und sowas. Also falls ihr da rein möchtet, schreibt mich gerne an, dann füge ich euch dazu. Ist gar kein Problem. Und dann seid ihr immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand und müsst nicht warten, bis hier auf dem YouTube-Kanal das Video online kommt. Und genauso auch auf Instagram, da poste ich eigentlich täglich, mache ich Storys, gehe live mit euch zusammen. Können wir so ein bisschen quatschen und sowas. Also Instagram lohnt sich bei mir, da mal vorbeizuschauen. Ich kann euch noch nicht über die Auslaufliste informieren, weil ich es selber noch nicht weiß. Das heißt, alle Produkte, die es dann im Frühling, Sommer nicht mehr geben wird, die werden ja rausgenommen. Und das sind dann Auslaufartikel. Das heißt zum Beispiel Düfte, die jetzt im Winter angeboten wurden, die es dann nicht mehr im Sommer gibt, die könnt ihr euch noch im Club sichern. Und diese Auslaufliste ist immer super beliebt, weil eben halt viele dann ihren Lieblingsduft, ihre Lieblingsbar, noch schnell in den Club packen. Das ist eine super Möglichkeit, denn selbst wenn es diese Düfte im Sommer nicht mehr gibt, ihr die aber im Club habt, dann werden die immer noch für euch weiter produziert und zu euch nach Hause geschickt. Selbst wenn ihr die einzige Person auf der ganzen Welt wärt, die diesen einen Duft noch haben möchten, wird da für euch noch produziert und zugeschickt. Club, für alle, die es nicht wissen, das ist, ja da haben immer so viele so ein negatives Bild von, das ist wie ein Abo. Aber das Abo könnt ihr jederzeit ändern, also ihr könnt Düfte rein- und rauswählen oder komplett löschen. Das heißt, ihr könnt den Club euch einstellen, ihr könnt sogar mehrere Clubs einstellen. Zum Beispiel, dass ihr jeden Monat den Duft, weiß ich nicht, Frosted Vanilla euch zuliefern lassen möchtet, aber nur alle drei Monate, sagen wir mal, das Wäscheparfüm Clothesline. Dann könnt ihr mehrere Clubs erstellen und wenn ihr sagt, so jetzt habe ich genug, ich habe auf diesen Duft keine Lust mehr, dann packt ihr den raus, macht entweder einen anderen Duft rein oder ihr löscht den Club komplett, also das ist euch überlassen. Der Vorteil am Club ist nicht nur, dass ihr euren Lieblingsduft immer bekommt und in dem Club kann man immer aufbrauchbare Sachen reinlegen, also weder Duftlampen noch Ventilatoren noch Diffuser. Ihr könnt da reinpacken, alles, was man verbraucht, also wie zum Beispiel Wäscheparfüm, die Bars, alles an Wäsche, an den Putzsachen, also alles, was ihr quasi verbraucht, könnt ihr da reinlegen und euch entweder jeden Monat, jeden zweiten oder jeden dritten Monat zuliefern lassen und der Clou an dem Club ist, warum das so viele lieben und mögen, braucht ihr euch nicht jeden zweiten oder dritten Monat Gedanken machen, wann euer Waschpulver leer ist, das kommt dann eben halt automatisch wieder zugeliefert. Ich hatte damals so ein Windel-Abo, dann habe ich hier jeden Monat so eine Riesenbox an Windeln zugeschickt bekommen, das war super. Und ihr spart eine Menge mit dem Club, also ihr habt auf dem Club ab einem Warenwert von 42 Euro bekommt ihr 10% auf den kompletten Einkauf, das heißt also, ihr habt schon mal 4,20 Euro gespart und je höher das geht eben halt noch mehr, das heißt sogar schon ab 70 Euro habt ihr die Versandkosten quasi gratis, weil das kostet ja immer 7 Euro bei Sensi und wenn ihr dann 70 Euro Bestellung habt, dann habt ihr die Versandkosten schon wieder drin und ab einem Warenwert von 85 Euro, jetzt aufgepasst, habt ihr die 10%, also 8,50 Euro gespart und noch ein Artikel zum halben Preis. Und das kann, das machen die meisten, die Wiffbox sein. Die Wiffbox wird zum halben Preis angeboten, die kostet ja normalerweise 42 Euro und dann kostet die nur noch 21 Euro, wenn ihr den Club habt ab 85 Euro. Also der Club ist super, ihr könnt darin, wie gesagt, 10% sparen, Halbpreisartikel, Wiffbox und sowas und da ändert sich aber auch jetzt ein bisschen was ab dem 1. März und zwar, ich hatte euch ja im letzten Video gesagt, dass ein paar Artikel rausgehen, wie zum Beispiel Spülmittel, die Carbaclips, was hatte ich da noch, den Weichspüler von Sensi, das Zuckerpeeling und sowas und wenn ihr das jetzt im Club habt, dann werden euch Alternativen angeboten, also dann seht ihr quasi so einen Bereich, ich weiß noch nicht, wie es sein wird, ich bin auch ganz gespannt, es wird uns nur so angekündigt, dass es dann so einen Bereich geben wird, wo ihr eben halt die Sachen dann austauschen könnt oder ändern könnt oder eben halt komplett raus, werden ja komplett rausgenommen und dann müsst ihr auch nicht unbedingt irgendwas als Wechsel nehmen, aber ja, da bin ich schon ganz gespannt, finde ich mega cool, dass Sensi sowas anbietet, eben halt so ein paar Alternativen und ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Negativen, also ein bisschen hatte ich euch ja schon erwähnt und im letzten Video seht ihr es ja auch schon, die Artikel, die auslaufen, ich sage es euch hier nochmal ganz schnell, also es gibt ab 1. März keine Carbaclips mehr, kein Weichspüler mehr, kein Spüli mehr, kein Zuckerpeeling mehr und kein Hundeshampoo und das Spray für die Hunde und Katzen, das gibt es dann auch nicht mehr und kein Badesalz, kein Badesalz und ich liebe es, weil das ist so wirklich so, so ein bisschen Me-Time, ein bisschen Relaxen, das Zuckerpeeling auch, also wenn ihr das nochmal haben wollt, dann jetzt noch vor 1. März shoppen und am besten nicht jetzt, sondern den Februar nutzen, denn im Februar gibt es ja 10%, schlau sein und den Februar abwarten, denn da bekommt ihr auf diese Sachen nochmal 10% und am besten legt ihr euch so einen kleinen Vorrat an, weil wir wissen nicht, wann sie wiederkommen, Stensi schreibt, sie werden wiederkommen, beziehungsweise sie sind nicht unbedingt aus dem Shop für immer raus, irgendwie so, das ist dann ein bisschen unklar beschrieben, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob die wiederkommen, ich würde sagen, ja, wahrscheinlich schon, aber wann und wie und ob alle zusammen oder immer nur so peu à peu, so Stückchenweise, das weiß ich nicht, deswegen, ja, wenn ein Teil davon dabei ist, was ihr unbedingt nochmal haben möchtet, dann auf jeden Fall im Februar zuschlagen und eine zweite, Moment, ich habe hier meinen schlauen, ich habe hier alles aufgeschrieben, das sind so viele Nachrichten und dann gibt es eine zweite negative Info, sagen wir mal so, Neuigkeit, es gibt eine Preiserhöhung bei Stensi, ja, jetzt mit der Krise, mit der Inflation, mit den verspäteten Lieferketten ist oder sieht Stensi sich leider gezwungen, ein paar Artikel zu erhöhen vom Preis, nicht alle, nur ein paar, ich lese euch gerade mal vor, welche das sind, bei den Duftlampen ist es einmal die Alabasta, die Aloe Vera, die Angel Wings, die Classic Curve, die Etched Core, die Little Garden, die My Sun and Moon und die Polar Panorama, die werden ab dem 1. März um die, das waren immer zwischen 5 und 8 Euro circa, werden die teurer, die Lampen, aber, gute Nachrichten, direkt hinterher, jetzt im Februar, beziehungsweise bis März sind die ja noch mit ihrem aktuellen Preis quasi angeworben und im Februar habt ihr 10% darauf, das heißt, wenn ihr die im Februar shoppt, eine davon, die ihr jetzt, wo ihr sagt, die wollte ich schon immer haben und jetzt wird die teurer, dann kauft die am besten im Februar, denn dann habt ihr die ja vom aktuellen Preis 10% günstiger und dann werden die quasi im März vom normalen Preis 5 bis 8 Euro teurer, das heißt, ihr bekommt dann Lampen wie die Alabasta, jetzt sagen wir mal, ja, statt, Moment, jetzt muss ich rechnen, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Warte mal, die Alabasta, die kostet jetzt 42, 10% sind 4,20 Euro, das wären dann 37,80 Euro, bekommt ihr dann für 37,80 Euro anstatt für 50 Euro im März. Ich hoffe, ihr wisst ja, ab 1. Februar gibt es die 10% einigen Artikel verlassen den Shop, das heißt, es gibt eine Warteschleife und ich glaube, ihr müsst wieder schnell sein, falls ihr von diesen Produkten noch was haben möchtet und dann noch für 10%, also wartet nicht lange, am 1. Februar um 9 Uhr morgens in die Warteschleife einwählen und nochmal günstig shoppen, bevor es dann im März in die Frühlings-Sommer-Kollektion geht. Nehmt euch am besten alle tollen Winterdüfte entweder jetzt im Februar nochmal für 10% mit oder legt sie euch im Club. Wie gesagt, Club ist eine super Sache und wenn ihr jetzt schon ein paar Frühlings-Sommer-Düfte shoppen möchtet, ich habe in die Schatztruhe gelinst, ich bin ein kleiner Schlaufuchs, ich habe in die Schatztruhe gelinst und in der Schatztruhe hat Sensi jetzt schon Frühlings-Sommerware wieder reingepackt. Das heißt, ein paar Sommer-Düfte sind schon drin, wie zum Beispiel, was war da drin? Oh, mein Lieblingsduft, Honeymoon Hideaway ist da drin. So gut, so gut, also ein paar Düfte sind da drin. Wir können da auch gerne nochmal oder ich mache da auch gerne nochmal ein paar Lives auf Instagram und dann gucken wir einfach mal zusammen, welche Sommer-Düfte jetzt in der aktuellen Schatztruhe verfügbar sind. Für alle neuen Schatztruhe ist auf der Website bei Sensi eine Seite, wo es alle Artikel günstiger gibt. Also nicht alle, die, die da angeboten werden, sind günstiger. Ja, da zahlt ihr nicht für eine Bar 8,50 Euro, sondern zum Beispiel 5,55 Euro oder 4,68 Euro oder sowas. So ganz krumme Preise sind das, aber eben halt günstiger. Schatztruhe lohnt sich für alle Schnäppchenjäger. Und nicht nur die Lampen, die ich euch gerade gesandt habe, werden erhöht, sondern auch die Wolfbox leider. Die wird auf 50 Euro erhöht, also von 42 auf 50 Euro. Aber wie gesagt, mit dem Club habt ihr die Möglichkeit, sie für 25 zu holen. Also der Club ist wirklich eine gute Sache. Und der Badreiniger, der geht von 11,25 Euro auf 14,25 Euro. Badreiniger ist ein kleines Schätzchen, genauso wie das Spülmittel. Ich liebe es damit zu putzen. Es riecht einfach wunderbar. Und genau, der wird auch ein bisschen erhöht. Und dann gibt es auch ein paar Produkte, die im Februar neu reinkommen. Einmal, so wie jeden Monat, die Duftlampe des Monats. Das ist die, wie heißt sie? Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Prism Mosaic. Prism oder Prism Mosaic, irgendwie sowas. Ich blende euch hier ein Bild ein. Das ist die Duftlampe für den Monat Februar. Mega schön, auch wieder mit ihrem neuen Duft dabei. Und die sind ja sowieso immer schon mit 10% dabei. Und es kommt eine neue Duftkollektion rein. Wir haben ja ein paar Mal im Jahr so spezielle Kollektionen. Jetzt momentan ist es gerade noch die Valentinstags-Kollektion. Ich erinnere mich an den Sommer. Da gab es die Sommer, die Island Days-Kollektion. Das war eine Hammer-Kollektion. Also wenn davon nochmal ein paar Düfte zurückkommen, würde ich direkt zuschlagen. Und jetzt im Februar kommt die Gogo Mango-Kollektion. Also für alle Duftnäschen, die es gerne fruchtig mögen und die den Duft Gogo Mango mögen, da kommt eine komplette Kollektion mit Gogo Mango. Ich hoffe, ich habe euch nicht überrannt jetzt mit den ganzen Infos. Einige Sachen gehen raus, einige Sachen werden teurer. Im Februar gibt es 10% und neue Kollektionen. Genauso wie die neue Duftlampe, den neuen Duft des Monats. Schlagt also dann im Februar auf jeden Fall zu. Falls ihr noch einen Shopping-Link wollt, schreibt mir. Shopping-Link mache ich euch. Ist wie ein Punktesystem. Könnt ihr Punkte sammeln und Gratis-Produkte erhalten. Schreibt mich an, wenn ihr den neuen Katalog haben möchtet, per PDF oder eben halt schon bestellt. Dann schicke ich euch den dann auch direkt zu. Und ja, ansonsten könnt ihr nochmal gerne in der Schatztruhe stöbern. Da sind mittlerweile schon Frühlingsdüfte drin. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch was. Entweder sehen wir uns im nächsten Video hier oder auf Instagram. Das würde mich sehr freuen. Da heiße ich Sensi Interior Color. Also macht's gut. Tschüssi.